im kanal und dem mal mache ich noch einen live stream und ja leute wir versuchen heute den midas fisch zu fangen im kampflabor ja leute ihr habt richtig gehört im kampflabor ich weiß nicht ob das möglich ist aber doch müsste und ja mal sehen wie es läuft vielleicht fangen wir auch direkt in der ersten runde machen wir schon mal kampflabor rein zack wir machen ohne auffüllen patrick youtube patrick online kommen online kommen auch du online kommen sollst ja kannst du machen ich versuche mir das fisch zu fangen wenn du willst kannst du gerne mitmachen wir müssen auf jeden fall bei der autority 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 was für namen autority wir wollen uns erst mal das hier leider schengschanga 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 wir machen erstmal slami hier ja butt ja butt ich mach mal gerät box man von Nein! Wir können ja nicht getroffen haben. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. ja da wie nichts connected wie nichts connected irgendwo muss allmöhen sein ja der ist hier aber wo ist der scheiße würde er mich verarschen ja wo ist der alter ich hab's nehmen ja ich weiß dass ich hier bin wo ist er wo ist er ist er um ja da will ich doch ob es nicht mehr das kann ja gar nicht sein habt ihr gesehen wie taglich der war in der tat klar dass er tot ist das war so klar so ich habe ich habe ich habe ich habe superkräfte nutzen ich habe ich habe eine idee leute passt mal auf was ich jetzt mache wir legen jetzt mal alle waffen weg außer die zwei mal so wie an den letzten mir das fisch auf ansage wartet ab brauchen wir jetzt erstmal eine profi angel oder warte mal wir können uns doch eine abgölen patrick du kannst reinkommen wir können schon mal alles kaputt machen zack bro miau 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 du kannst reinkommen patrick ne hallo 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 lop hallo 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 in hallo hallo der hallo das das ist richtig krass jetzt geht es ab an den Fiffen wer ist noch da? wer ist noch da? du warum soll ich nicht mehr da sein? was war das für eine doofe Frage? heute kriegen wir kostenlose Items kostenlose Items ja erst um 15 Uhr ja aber trotzdem immerhin komm bestimmt aber kein Skin nee kein Skin aber dafür rücken als paar Tarnungen picke picke äh ich bin mir jetzt nicht sicher es könnte sein aber ich glaube nicht aber ein banner bekommen wir ein banner ja das schon aber ein Skin wäre nice oh ja das wäre cool cool wie an Weihnachten der Tannenbaum ja wer ist hier bei mir? ja warum hast du Schwerkraft an? ja dass wir schneller irgendwo hinkommen ja ich brauche erstmal eine Angel eine Profi Angel mach ja also mach den mach den Lame öffnen dass du Material hinkriegst und dann abgeräte eine Profi Angel du weißt schon wie schnell das man hier Metz bekommt ich weiß das ja Meinst du es heute, den Midas-Fisch einfach zu fangen? Gestern hat mein Freund den Midas-Fisch gefangen, ne? Kennst du den Vandetta-Fisch? Du? In die normalen Runden, oder was? Nein, in den Kampfhörer. Kennst du den Vandetta-Fisch? Ja, kenn ich. Ist der selten? Der ist noch seltener wie der Midas-Fisch. Wirklich? Ja. Weil ich hab den schon. Zeig. Hier. Guck. Zeig ins Fisch. Nehm den Midas, da guck. Äh, warte. Ja, guck mir, wie das. Vandetta-Zappler. Musst zu der Agency fahren. Kannst du mir kurz sagen, in welchem Team du bist? Ja, warte, guck mal eins mal ins Stream, da siehst du den Vandetta-Fisch. Hab ich schon gesehen. Ist der wirklich seltener? Wennst du mir sagen könntest, welcher das ganz genau ist? Na, der zweitseltenste. Der Fisch, was du gerade hast, da? Ja. Ist der Vandetta-Fisch. Der ist nicht so selten. Es gibt noch einen anderen. Mieters-Fisch meinst du? Ne, ein goldenen. Ein goldenen. Ich hab gehört, du solltest, wennst du den Midas-Fisch fängst, kriegst du den neuen Skin aus dem Shop. Habe ich gehört. Kriegst du den neuen Skin. Das ist der Scheiße, das mit schwerkraftisch schwimmen. Du musst so weit hoch springen. Ich hab den Vandetta-Zappler! Ich hab den. Ich hab den. Mieters-Fisch, oder was? Ich, ich, ich geh, ich komm zu dir hin. Ich zeig dir. Ist das der Mieters? Nein. Aber das ist ja zweitseltenste. Vandetta-Fisch. Äh, Vandetta-Zappler ist der zweitseltenste. Deswegen. Freue ich mich gerade sehr. Warte, ich werde doppelt. Komm mal zu mir auf. Wer schießt mich hier ab? Na, ich. Wir sind doch in einem Team. Ich kann nicht wirklich. Guck mal hier. Vandetta-Zappler. Kann ich den kurz aufheben, dass ich den auch hab? Nein, das geht nicht scheiße. Was kriegt man da, wenn man den isst? Den kriegt man da, äh, der ist nicht so, also der markiert nur Gegner. Danke, dass du mir das mit Kette glaubst. Ach so. Immerhin trotzdem der zweitseltenste. Du hast mir keine Angelstelle übergelassen. Hey, du kannst doch auch, äh, bei Dings. Bei Slurpee und so. Ich hab den, den Leuchtenfisch. Ach denn. Aber trotzdem, der zweite ist das doch trotzdem cool, oder? Ja. Lol, der Mond. Ich mach mir meinen Mond an. wie schnell der auf geht ist ungefähr so da ich habe gerade eine goldene skar geangelt mal weiß ich schwirme Guck mal, pass mal auf jetzt, pass mal auf jetzt, guck mal, wie war jetzt? Der Winde da, der Winde da, der Winde da, der Winde da, der Fisch. Stell vor, wir fangen den Midas Fisch. Das wär krass! Was? Was? Fuck Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich verkriege mich einfach ganz nach oben. Aufs Dach. Wie viel waren das denn? Hey, über 10. Oh hi, sind ja wirklich welche. Hey, die Koralle zu dir da oben! Man! Was wollen die von mir, alter? Kommen wirklich alle hier oben hin? Kommen wirklich alle hier oben hin? Alter! Kann ich ja auch eine super Kraft haben? Ja, hier. Ich hol mir die da oben hin, ja? Die will ich haben, die Wolverine. Okay, okay. Okay, wir wechseln uns ab, okay? Wo sind denn die Viecher, ey? Okay. Sicher. Du warst schon. Okay. All right. Hey. Thanks. Thanks. Papa, einen. Okay. Junge, ich habe gerade gelasert. Hilfe! Nicht sterben, du verlierst die Sachen. Ja, ich weile, aber die verburten mich. Brr. Ich fliege einfach hier weg, okay? Ja. Ist du tot? Nein, ich bin aufgeholt. Wie kommen die hier hinter, verdammte Hühnerscheiße? An. Bei mir ist Wolverine. Darf ich mal die Superkraft erst haben? Ich gebe sie dir hin, okay? Ja, ich nehme. Okay. Ich gebe sie dir hin. Also, ich will dir ja nichts wegnehmen. Oh nein, hier ist ein... Alter, nee! Er ist so hart. Ich bin bei dir, hallo. Hi. Hä, wo ist Wolverine? Ich habe den auch immer gehört. Wollen wir später auch noch Duo spielen oder so? Ja. Dann wollen wir heute den ganzen Tag hier drinnen bleiben. Das wäre schon langweilig. Hm. Machen wir später zusammen die Herausforderung. Ja, können wir machen. Weil dann... Dann kann ich einfach hinter dir hergehen, weißt du? Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Okay. Weil das wäre ja nicht... Sollen die Wuppi 50 mal kommen? Update kommen? Update kommen? Weiß ich nicht, ob ein Update kommt oder ob das einfach aufploppt. Ich denke mal, es ploppt einfach auf, oder? Ja, oder es kommt ein Mini-Update mit einem Gigabyte oder so. Tag, eine Millisekunde fertig. Ja, das wäre so eine Verarsche. Und das Beste wäre dann, wenn gar nichts passiert. Oh ja. Warte mal, ich wirf ein paar Freundesbots. Die helfen uns da. Ja. Alter, wie viele? Oh nein. Guck mal nach Dings. Nach Weeping Woods. Ja, ja, ich hab's gesehen. Das sind 10. 10 Stück. Wenn du Bouncer findest, dann gib die mir, ja? Ja. Weil dann kann ich richtig hoch wegfliegen. Ach so, den Trick willst du machen? Ja. Hast du schon den neuen Trick herausgefunden? Äh, wie? Ich weiß es. Ich zeig den. Warte, ich zeig dir den. Wenn du mal Bouncer findest, dann bring die mir und bring mir den Laserstrahl. Ja. Da zeig ich dir was. Das ist absolut krass. Kannst du mir den geben? Ja. Dann gebe ich dir die andere Superkraft von Iron Man. Ja. Warte mal, darf ich schnell noch Wolverine töten mit den Laserstrahl? Warum? Den kann doch ich nicht töten mit meiner Scar. Da ist er schneller. Oder zu zweit. Wo ist denn der? Ja, wir müssen... Ja, wir müssen... Wir müssen den erst mal finden. Wissen, das ist ja das Schlimme. Der kann ja überall rumrennen. Ja, okay, ich hab... Hier sind Fußschritte. Ich gebe denen einmal so ein Ding... ...ein Headshot mit dem Ding. Du weißt doch, der kann sich heilen. Warte, ich lasere den. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Easy. Ist down. Gib mir die andere Superkraft. Da kannst du die testen dabei. Okay. Die Superman-Kraft von Wolverine, die feier ich mich. Alarm. Ja, danke, dass du mir alles glaubst. Komm her, ich geb dir was. Hilf mir mal Bouncer finden. Okay. Ich geh mal lang. Ich will eh nur die Mets haben. Du weißt, was ich meine. Nicht die normalen Bounce-Mets, sondern die dicken. Ja, ja, ich weiß. Ich habe es eigentlich ganz einfach. Ich könnte einfach das anwenden. Ja. Aber du musst länger warten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss 23 schießen. Ey, Superkraft. Gibt es die überhaupt den Kampflabor? Ey, ja. Ja, warum nicht? Aber die wurden nur selten angemacht, deswegen. Warte, ich mach wieder den... Jo, wie weit bin ich denn gesprungen? Jo, wie weit bin ich denn gesprungen? Ich hab uns wieder Bots. Nein. Bitte nimm die nicht. Neh, man botzt die Superman-Kraft. Was? Neh, nein, ich botzt die Superman-Kraft weg, wenn man die hinlegt. Äh, ja. War gerade haarscharf. Warte mal, ich lass die jetzt zur Fight sein. Magst du die Kraft von Wolverine? Nein, die ist scheiße. Ich mag die. Nein, die schießen alle auf mich. Ich hab scheiße gebaut! Soll ich kommen? Nein, ich hau ab mit die Superman-Kräften. Wir fighten gegeneinander. Bots gegen Bots. Nur, dass die mir hinterher laufen, ist mein Problem. Wenn ich dir den Trick zeige, du wirst sagen, richtig krass, Alter. Was war's nochmal für'n Trick? Ich weiß, das ist ein zweiter Trick der Dauer. Was war's nochmal für'n Trick? Den sage ich dir nicht, den zeige ich dir dann. Warte, soll ich alles kaputt machen da vorne? Mit meinem Laserstrahl? Ja, mach mal. Boah. Alles vernichten. Wir brauchten die Bouncer. Aber warum finden wir die gerade nicht? Die wurden selten nahe gemacht. Es ist voll ätzend. Ja, hier sind Bots. Seit wann? Wenn du den Mini-Schilder hinlegst, die nehm' den, ne? Ich geh' mal nach Holly, ja? Ich geh' mal nach Holly, ja? Ja. Ich geh' mal nach Holly, ja? Ja. Na geh' ich dabei. Oh, guck mal nach die Bouncepads. Rüstig, scheiß. Oh man, hier Oh no, das Nerf, aber ich weiß nicht, dass ich da umsonst also die decken bei uns hast ja ja die dicken nicht die dünnen damit die dünnen gibt es glaube ich nicht kannst du mir mal auch ein chili fisch bringen ein chili fisch ja bringen wir mal ein mal zeige ich dir damit was ja warte ich suche erstmal noch die dings ich hatte bei uns hast geil bringt die mir benutzt die nicht ja ist gut soll ich vielleicht auch ein schiff mitbringen ein bringe die einfach bitte aber mit dem chili fisch geht es doch noch besser ich habe doch einen anderen trick mit denen mit die bei uns wo bist du kam gerade zu dir wo bist du denn wo bist du denn neben authority komm authority ja aber wo neben authority ja authority am dach oben insofern die schiefen weil die jahre ried der kippen kaputt machen ein chili fisch finden wir überall da ist halt so kommst du endlich mal? ja, du müsstest schon meinen Namen sehen warte ich komm zu dir, ich bin jetzt in einer Minute bei dir bleib bei Lama mach aufm Wasser, du musst doch aufm Wasser machen nein nein, darf ich mal einen, darf ich mal einen haben einen Bounce Pass, bitte, bitte wo sind die, hä? hä? Junge, du hast mir nicht nur eins gegeben was? hä? gib mir mal die Dings, die, äh, äh, die so schießen können die so schießen können oh, du müsst jetzt die, gib nochmal eins kurz ich will es aber mal machen ich zeig dir das mal ja, ich hab einen anderen Trick, ich hab doch die nicht mal zu schießen erzähl, gib nochmal ein Bounce Pass wo sind die denn zum schießen? hier, bei mir auch ja, darf ich die mal ganz kurz? ich weiß, was du machen willst, den Trick kenn ich doch ich will, hier, ich leg auch ab bitte, ich will einmal ich kenn den Trick Mann, bitte, ich will es mal machen gib mir noch, gib mir noch ein Bounce Pass du hast doch noch zwei ja, nein, eins hä? das ist gar nicht richtig, weil du hast mir nicht, du hast mir nur eins gegeben und es sind da nicht immer drei darf ich mal bitte? also lügst du mich an? nein, ich lüg dich nicht an ich hab dir nur eins zeig dir seine Bounce Pass guck in den Stream, guck bitte in den Stream, ich hab eins guck einfach in den Stream das ist voll unlogisch darf ich mal ganz kurz, ich will einmal ausprobieren nur einmal ich will aber einmal ausprobieren erst mache ich das noch mit dem Chilifisch warte kurz alter hier ist ein Chilifisch so, ich muss warte hast du nicht gerade gesehen, wie schnell ich war? ja, aber darf ich das mal einmal bitte versuchen? ich weiß, was für ein Trick das ist, Mann Mann, ich will doch nur einmal versuchen ich lieb gleich bitte, ich will nur einmal versuchen ich weiß, was das ist du fliegst dann ganz hoch ich will aber jetzt mal einmal versuchen hast du das noch nie gemacht, oder was? nein, deswegen ja es ist doch oh, bitte hab mal Ehre hab mal Ehre kannst du mir einen geben? du da kommt noch das Holz ach, du ich gebe dir die am Dach direkt wieder hier ist das fette Auge, Hilfe! ja, geh weg da warte, ich komme hilf mir wir machen das kaputt die ist da jetzt hingefahren du musst es ablenken da sieht das raufballern krank Alter, ich bin zu low du musstest mir so einen kleinen du musstest den mal ablenken nicht ich soll ich das Pfeil ablenken du musst leer rankommen dann schießt er nur mich ab ja, du musst auch das machen dass ich den jetzt so warte mal darf ich mal jetzt bitte einmal diese Dinger da so, danke ich kann ja auch ganz kurz mal die Wallen Green Kräfte geben hier so, komm mal bitte mit komm mal bitte raus ja, trotzdem ich mach das mal jetzt anders krass ich hab mir jetzt diese Sprungfische geholt Bounce Pads und alles warte mal, ich probier was anderes das geht nicht warum nicht oh my god okay, guckst du? zack ich weiß was passiert ich kenn das zack 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 du hast das eh falsch gemacht und das nicht in Wasser ach ja, guck mal ja, guck mal wo ich hinfliege das kann man auch am Boden machen Alter, ich bin einfach ein Slurpee und ich weiß nicht mehr wie das andere trick geht da ich bin ein Slurpee scheiße ich bring die mal wieder zurück ja hab ich dir ja versprochen hä, wie geht der andere Trick mit dem Strahl da was für Strahl da fliegst du dann ganz hoch wie geht der andere Trick es gibt da einen Trick von Iron Man mit dem Laser Strahl da fliegst du dann über die ganze Map hoch Mannu, ich probier mal Boden, Treppe, Wand aber das klappt nicht bei mir was muss ich immer zuerst bauen bei Boden, Treppe Wand, den Boden dann die Wand und nein, nicht die Wand doch die Wand äh, zuerst den Boden dann die Wand dann die Treppe wenn ich das schnell machen will dann komm ich immer durcheinander guck mal wo ich bin guck mal, in der Luft irgendwo in der Luft weiß genau, vorweg also Boden äh, äh das ist so kack oh, wie ihr merkt, verdammt da sind auch noch Bots, da klauen die die Dings scheiße wir sind so am Arsch nur wegen dir, nein Spaß wo wir da schnell hinzukommen ich bin schon gefasst da wo bist du denn genau gestorben ja, ganz weit oben ganz weit oben da wo gebaut ist, da oben aber da komm ich nicht hin wer schießt da auf den ja, immerhin sind nur Vollpfosten Junge, wo bist du gestorben? ich weiß es nicht irgendwo hier unten oder so also, ne hab, glaub ich, meinen Luke gefunden ich finde hier gar nichts sag mal, Patrick Patrick, warum? ja ah, hier kannst du wo hast du denn die Dings gelassen? die haben die Dinger genommen die Bots Wolverine meinte ich äh, die liegen noch da, wo du die getroppt hast bruh warte, ich leg das mal hier zurück wieder alles Junge, du musst die töten, Mann! ja, ach nee töte die Dinger töte die Dinger ich habe etwa schwarz-weiß-Modus schwarz-weiß-Modus manu, die haben meine Ska genommen oh mein Gott, was hat die denn vermutet? ah, Hilfe meine Ska meinst du die hier? ja, ich brauch die wieder ja 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 dann gib du mir die Auge wo sind die Superman-Kräfte, der Laserstrahl, wo ist der? ja, da oben da dazwischen ja da, wie soll ich da hinkommen? und den du baust aus und du hast schwer Kraft ja, meine Dinge hier bist du auch wieder nein, nicht hier mit nein, nicht hier mit nein, nicht hier mit in der Weihnachtsfurzerei gibt's manche Furzereien hey, liegen die wirklich noch da? ja ja liegen noch in Zolti ho, in Zolti hier schießt immer noch jemand auf mich mit ne Auge? nein, mit ne Auge, ja ach ne, hab ich gar nicht du denkst auch, ne? du denkst auch, ich war so blöd du denkst du denkst kannst du mal aufhören? da ist die nächste Drohne spaa ich gehe mal durch den Feuerring die ließe Feuerringe weißt du wo der Feuerring gebaut ist? hier bei mir ach ne slow motion, kennst du das? da passiert gar nichts ja ach ne jetzt wollte ich ständig ne Boogie-Bomb werfen der hat mich gelasert ich bin gleich tot ey ich muss ein Biggie oh nein, die glauben nicht, dude! fuck you der trinkt der Mini nein oh, zum Glück ich werfe jetzt so viele Botgranaten feines Botgranaten du willst mich doch ernst auf Tops nehmen, oder? du willst mich doch ernst auf Tops nehmen, oder? da Papa? 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 du bist so ein aber weißt du was gut ist gut dass da andere bots sind die töten die ich glaub die bots nehmen keine superkräfte warte mal ich guck mal die nehmen nur den anderen aber nicht deine superkraft ich glaub dafür sind sie nicht gemacht stimmt weil wegen den springen und so ne ja ich suche halt so viele feines botkanaten ich werf die jetzt ey das weinst du machst ich bin schneller wie du ich hab den iron mein ding egal ich suche die jetzt so ich suche die halt und da war wie 10 ich hab keine mätze mehr oh nochmal feinde spotkanat Nein! Warte mal, ich fahre mal ein Auto tanken. Oh, was haben wir denn hier? Alter! Ich bin gerade mit dem Auto geflogen, geil! Nein! Nein! Ich bin dort! Mann, ich bin gestorben in der Tankstelle! Wo bin ich gestorben, verdammt? Wo wohnest du? Wie Spawn wohnest du? Kann es sein, dass du bei... Ja, geil, ich komm... Scheiße, komm mal, ernehm dir! Was ist denn hier? Wo bist du tot? Ich wurde... Warte mal, wir gehen mal als Star-Indusque und holen wir uns einen Lamborghini. Ein Lamborghini! Ein Lamborghini! Ey, ich bin ein anderes Team, ne? Wir töten uns jetzt gegenseitig. Wir machen jetzt, äh... Nein, wir machen... Nein, kein... Nein, 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 ich töte dich nicht, aber... Du musst ja nicht fighten. Aber... Bots gegen Bots, okay? Ja, ich fahr einfach durch mit dem Auto, da sind die gleich alle tot. Werden wir sehen, weil ich darf dich auch töten. Nur mit... Aber nur mit Superkräften. Nicht mit einer AR oder so, ich darf dich nur mit Superkräften killen, okay? Ja, aber Junge, das ist doch Kacke. Äh, das ist keine Kacke. Wo hast du die... die... die Tresorkarte hingemacht? Die Tresorkarte? Die... äh, den Tresor kann man öffnen, ja, aber... da ist ne... da sind keine Kisten drin. Und ich will meine Iron Man Superkräfte wieder haben. Ja, geil. Hey, dann musst du nach Solti. Ich weiß, aber wieso schnell? Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Ein paar Millionen Jahre hat er eine Idee. Ich geh einfach mit dem Helikopter dahin. Mann! Okay. Jetzt geht's rund. Freundesbottkanaden. Zehn Stück. So Leute, ihr kämpft für mich, ja? Reiß um die Welt. Jetzt will ich aber meine Waffen wieder haben. Sorry, ich hab die jetzt schon platziert. Ist das dein Ernst? Die müssen erstmal zu dir hinkommen. Und die killen ja deine Bots. Sauer! Wo sind meine ganzen Waffen? Leute. Das ist echt nicht mehr witzig. Geil, meine ganzen Dinger sind weg. Da muss sie die Bots killen und ein anderes Team gehen. Ja, meine ganzen Superman-Kräfte sind weg. Geil. Ich wär schon angeschossen. Da bist du ein anderes Team. Warte mal kurz. Oh, meine Pots. Aber ich hab eine gute Idee. Ich bin hier weg, Alter. Ich hab drei Superkräfte. Von Doktor Doom auch. Und ich hab den Helikopter. Das ist mein Vorteil, kann er bauen. Du kannst nicht abbauen. Du kannst nicht abbauen. Du kannst nicht abbauen. Und du weißt auch nicht, wo ich bin, weil du siehst keinen Namen gar nicht. Oh, 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 oh. Ich darf nur mit Superkräften spielen. Und du wirst keine Chance haben gegen den Warawin und Doktor Doom. Doktor Doom ist zu schwach. Iron Man ist zu stärker. Wal-Lorea. Ich colored das nicht mehr so сказать. Ich will dasisses vì das jetzt. da ach 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 wir sind die stärksten da der weiße nicht mal wo ich bin weh das immer wo du suchst mich der bot hat mich ja fast gekillt letzterweise je wo du bist alter wer hat sich hier so eine hohe dinges gebaut was denn so eine hohe base alter ich habe eine idee wo ich mich verstecken kann ich fliege jetzt auf der schiff drauf da bleibe ich oben weil da kommst du nicht hoch stimmt scheiße nein mach das mal nicht oder oder okay du kannst es machen herr aber wo ist sie denn kannst du dir sagen wo die ist da hinten warum die kann man nicht mal kaputt machen und ich glaube das wird auch gar nicht gehen weil ich mit den hilli nicht so hoch komme ich bin ich habe die ganz ich bin natürlich du bist nicht ich bin ich bin ich bin ich möchte ich bin ich bin der Gott hat nicht gekriegt 1 Kettich 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 Kettichkeit ist nicht Nein, da wo das Haus, die Stadt am See, weißt du wo die ist? Holly Hatches. Sweetie Cents. Ja genau. Da bist du. Ja. Wahrscheinlich, ne? Ich flieg gerade zu dem Schiff vom Boss von die Superman-Helden. Ich bin schon außerhalb der Map. Ah, ja. Ich bin gleich bei den... Alter! What? Ich war gerade in Heli drin. Ach so. Junge, kannst du vergessen. Geht nicht? Geht nicht, du. Du wirst von der unsichtbaren Wand abgeplockt. Wo bist du gerade? In Weepink. Scheiße, ich hab's gesehen. Oh Mann. Ja, ich komm eh nicht so schnell dahin, weil meine Heli ist wie schon kaputt. Fuck. Warte mal, ich hol dich kurz ab und flieg dich dahin zu deinen Sachen. Ah ah. Ich will dich killen. Ich such dich ja gerade. Ja, ich bin weit weg. Wo bist du jetzt ungefähr? Ich sag dir doch nicht mehr, wo ich bin, wenn du mich killen willst. Also ich bin jetzt so, warte ich sag's. Ich bin jetzt bei der Fortilla. Atlantis. Atlantis? Was für Atlantis? Was für Atlantis? Die Stadt unter Wasser. Da wo früher die Shark war die von... Und ich sag dir nur, du musst mich suchen. Ich bin versteckt. Okay. Aha. Nein, fuck. Ich bin sowas von tot. Geiße, ich komm nicht mehr zu meinen Heli hin. Fuck. Ich bin weg hier und ciao. Jetzt bin ich Richtung Plässen unterwegs. Hör mal auf, mal abzuhauen. Scheiße. Bei Plässen liegen ja noch die Superkräfte. Scheiße. Äh, ich hab ein paar... Weißt du warum? Warum? Kann mein Hängekleid nicht öffnen. Das ist aber unfair, wenn ich... Geil, ich backe rum. Kann wie's bohren. Wo bist du denn jetzt aber einmal dabei? Ich muss schnell zu Pleasant. Warum? Ich will... Hallo, das ist unfair, da hab ich gar nichts mehr. Ich bin ja nicht mal noch mehr... Ich bin ja noch nicht im Pleasant. Da bin ich viel schneller. Da bin ich viel schneller. Alter, das ist so... So unlog... So unlogig. Ich kann nicht mehr springen. Hast du da irgendwas eingestellt gerade? Äh, äh, äh. Dass man nicht mehr springen kann? Äh, äh. Dass man nicht mehr springen kann? Geil, ich kann wirklich nicht mehr springen. Hallo! Was ist das für ein Bug? Eine Frage. Hm? Warum kann man nicht mehr springen? Du hast da irgendwas gemacht. Nein! 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 Ey, Elia. Ach so! Denk daran, wir killen uns gegenseitig, ne? Hör auf, das ist ja voll unfair. Nein, wenn du... Hör halt mal auf, ich tu dir auch nix. Guck mal! Hier liegen ja deine Superkräfte, ne? Ja, du wirst mich wohl verarschen. Ach, was machst du? Das ist so unlogisch. Du bist schuld. Weil du mich immer ablenken musst. Guck mal! Ich lege dir sogar die Superkräfte. Mann! Junge, ich kann nicht mehr springen. Und auch meine Hängekleider nicht öffnen. Es geht nicht! Junge, es geht nicht. Ich kann nix mehr machen. Geil, ich kann nicht mehr fighten mit dir, weil ich nicht mehr springen kann. Nein! Guck mal, du hast vier Superkräfte jetzt. Ich hab nur eine. Der war freulich ohne springen machen. Warte. Beschütz mich von den scheiß Bossen, Alter. Ja, mach mal. Ich beschütze dich. Was? Ich kann... Hey! Das ist wohl gerade eine verarsche, Junge! Ich kann nur noch laufen! Ich kann sonst nix mehr machen. Nicht mal schießen! Oh, sorry! Ey! Ja, ich muss das ausprobieren! Ich kann nix mehr machen! Du checkst das nicht! Ich kann die Ironman-Kraft gar nicht anwenden! Hä? Das ist so um... Hä? Da kann ich nicht mehr einsteigen! Es packt gerade voll! Hier ist ich mal ein Heli! Bei mir ist hier ein Heli! Was redest du? Mann! Es nervt! Ich kann gar nix machen! Ey! Ich kann... Ich kann jede Superman-Kraft machen, aber nur nicht die eine! Mit springen! Die geht nicht! Was? Aua! Hör auf mich abzuknallen, Mann! Ich baue den ein! Geh weg da! Ich wirf eine Kugel dahin! Du weißt, dass ich gleich wieder tot bin! Ja, ich hab... Ich kann... Das... Der ist ja mein Team! Nein! Wer ist näher? Warum musst du die auch andauernd setzen, die Scheiß-Teile? Endlich! Warte, ich komm mit! Hattet... Hattet ihr ein Med-Kit? Meister hat ein Med-Kit! Beschütz mich bitte! Bauer mich irgendwie ein oder so! Junge, warum setzt du auch so viele? Guck mal her! Hier ist Mini! Warte, ich muss den dann killen! Geh mal weg da! Wo ist der? Wollte mir ganz Blässen kaputt machen? Ja, komm! Aufgabe! Weil das geht... Superschnell! Alter, ich bin gleich wieder tot! Das bin ich! Komm auf! Na geh mal weg da! Nein! Mach du ein anderes Haus! Ich bin ein anderes Haus! Ich bin ein Terregeist! Ich bin ein Herz. Ich bin ein Owen! Nein! Da ... outrafalle. Leute das Shit. Da? Phf... Lein? Oh b Naomi! wir sind hier auf der die 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 weg da warum glaubst du eigentlich immer meine Häuser man warum warum mach ich dir immer Schaden das nervt welches team bist du da bin man auf das gleiche wie vorhin da bin man auf das gleiche wie vorhin da bin ich 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 da ich da bin ich dr ich da bin ich gar nicht aber auch ich war bei einem anhand Töte die Scheiß-Botsmann ja wir kriegen ja schon welche du kühlst welche aber du du gehst lieber dann weg und hilf mir nicht wenn ich eh nie springen gern der will eh scheiße wie lange sind wir eigentlich schon am Kampflabor eine Stunde schon und ich kann nicht springen pass auf auf meine Superman-kräfte da vorne bitte ja die sind ja noch da auf mich wird schon wieder geschossen Töte die mal bitte warum in den Stream alles doppelt und dreifach zu hören ich hab die Dr. Doom Trasor-Karte Junge ich kann nicht springen ich weiß nicht was das soll aber hey warte mal nimm einfach ein Auto und fahr da durch geht doch viel einfacher so das nächste Haus ist kaputt hier liegt so viel Loot und ich weiß nicht wo meine ist hier liegt so viel Loot und ich weiß nicht wo meine ist so ich hab jetzt eine Superman-kraft die ich noch brauchen fahr halt mit dem Auto durch geht doch viel einfacher geht doch viel einfacher oder ich hab noch eine Idee wir sprengen einfach die Autos in die Häuser drin ich weiß nicht wo ich weiß nicht wo ich weiß nicht wo um dann war mit dem Ort der Fallen um er hat den hier kann ich nicht kennen meiner ich habe ein anderes auto das nervt die schießen mein auto kaputt Die Idioten. Wo sind die Vollidioten? Da musste ich umfahren. Ich kann nichts machen, hier ist es meiner. Gut. Ich muss aber kurz tanken hier. Mach die Tankstelle bitte nicht kaputt. Naja, ist gut. Du bist meine? Ja. Du bist meine? Du bist die Tankstelle. Du bist meine? Du bist die Tankstelle. Du bist die Tankstelle. Du bist die Tankstelle. nicht die tankstelle nein nein irgendwie du einfach so durchfährst gibt es hier noch ein neues auto? ja alter was mache ich hier? guck mal ich baum 3 Reifen Hilfe! hey wer ruft dir? wir müssen Schubs nehmen ich brauch Benzin ich muss Benzin tanken gehen schade, dass man nicht Benzin auf der Straße verteilen kann und da bumm machen lassen kann warte mal, ich habe eine Idee ich fahre das Taxi jetzt und dann zu dir raus hin und dann schießt du drauf hm hey dann geht das kaputt hey was was soll die scheiße immer? warum bin ich immer warum bin ich immer immer still? hat gar keinen Sinn alter Plässen sieht schon von oben ganz nackig aus Junge und ich kann immer da hinlaufen weil ich den Hängegleiter nicht so frühzeitig öffnen kann Fahr halt mit dem Auto da durch geht doch viel schneller der steht doch da eh der steht doch da eh schon aufgetankt nur die Tankstelle muss noch stehen ok? ok ich brauche aber einen schneller eine Karre ne scheiße alter ist das nackig hier Hilfe Hilfe also bleib nicht zu lange im Auto wenn es halb kaputt ist sonst macht das Boom kannst du auf meine Superman Kräfte aufpassen? ja ja hier sind keine Bots mehr machen wir nachher ein Wettrennen mit Autos ja ok oder wir bauen eine Rennstrecke oben auf stimmt auf den Himmel auf warte ich komm auf den Himmel du bist so hey Hilfe warte du machst mein Auto damit kaputt versuch mich das zu überfahren Hilfe du kannst mich gar nicht überfahren das geht gar nicht Alter ich mach einen halben Willi nein hier weg von mir du kannst mich auch knallen wenn du willst ne? tschüss du kriegst mich aber nicht ich sag nichts mehr ich sag nichts mehr ok na hör auf hör auf hör auf warte 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 hier sind Bouncepads geil ja da kann man nicht zu Ende den Taxi was macht ein Taxi mitten auf der Straße warte 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 wie kann ich weg warte warte und wie kann ich es nicht warte 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 k warte 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 hat kacke aus nein nein wie hoch bin ich warte mal jetzt probiere ich den anderen drin du bist so lass mich lass mich du weißt schon ich geh nicht ich geh nicht komm her komm her komm her wo bist du ah ah warte mal nein nein was soll die scheiße hör auf jetzt ich mach auch nichts mehr du hast mich angegriffen du hast mich angegriffen ich greif dich nicht mal an hallo ich greif dich nicht mal an hör auf jetzt aber nur wenn du mich einmal anschießt hör auf jetzt ich komm nur hinterher ich komm nur hinterher wie geht da wie geht da wie geht da wie geht da einfach so hochverlässt wie geht da einfach so hochverlässt ich hör eh auf jetzt hör auf damit bitte warte mal ich will mal was versuchen warte mal wieder hoch kann man die kugel schmeißen oh mein gott guck mal alter ui wie hoch liegt die kugel bitteschön warte ich komm mal zu dir was guck mal wo wo bist du denn wo bist du wie viel fein wo bist du da wo die kugel war du bist so ein du bist so ein ja du hast es kaputt gemacht warum machst du den Zimmer kaputt ja auf dir es kaputt zu machen bitte ja kacke aber mach dich noch besser oh oh was ich bin ok weil ich auch kein Tiefen kommen ich habe kein Ton mehr zum mehr mehr ich habe kein Ton mehr machen hör auf damit ich habe eh kein Ton mehr ich höre nichts mehr ja warum ja ich gehe raus ich gehe raus tschau ja und ich kann es brauchen dann machen wir du es enthalten ja machen wir du es ja na komm raus da ja aber das war sehr knapp ich hätte dich bald geküllt was ist ein hit noch dann wärst du auch tot gewesen ich weiß wieso spielst du gerade auf Kontrollern was hast du gesagt? warum spielst du auf Kontrollern gerade? Ich kann auch von Toda spiele. Einfach mal so. Soll ich die hier nehmen? B-H-H-H-U-Ring-Züge-Gi-Guts-Gi-H-I-N-G-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi Junge, was spammst du da rein? Ich kann nicht gleich bannen. Ja, du bannst den, der was dir querkommt, weißt du. Hat das keinen Sinn. Guck mal, ich hab Quote und Silber. Ey, ich hab Rocket League. Wollen wir spielen? Äh, geht das? Ey, ja, bei mir geht's. Ich mein, jetzt geht das Nintendo Switch und... Na, hast du Rocket League? Ja, hab ich. Kannst du mich adden? Ey, ja, ich kann dich adden. Ich heiße Patrick 2. Pat? Also, so wie du da stehst, ja? Also, Patrick und dann ein 2. Ja, so wie du im Fortnite heißt, Pat, CK, und dann du mit den 2 bist? Ja, genau. Okay. Okay, na, bis später. Bis gleich. Rocket League und...